Leute, 1. April, ist es ein Scherz, ja oder nein, entscheidet selbst. Es geht um die Apex Legends Mobile Version. Da ich vor einigen Monaten davon schon gehört habe und das Gerücht gehört habe, könnte ich mir vorstellen, dass es bewusst für den 1. April ausgewählt wurde. Aber wir können vielleicht doch davon ausgehen, dass es zurückkommt. Und ich habe auch die ein oder andere Begründung, warum. Bevor wir dazu kommen, natürlich nochmal dieses Video präsentiert vom EA Creator Network. Und ihr habt es mitbekommen, das Mid-Season-Update ist jetzt ein bisschen über, ne, nicht ganz eine Woche alt. Und schon werden News wieder sehr, sehr rar. Deswegen gebe ich in diesem Video nicht ein, sondern die letzten beiden Gewinner bekannt für 6.700 Apex Coins. Dazu später mehr, wer da gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall jetzt schon mal im Voraus. Ich habe heute Folgendes entdeckt. Und einige schreiben drunter auf X, ja, ja, April-Scherz hier, April-Scherz da. Einige bestätigen es aber, dass es wohl tatsächlich wahr ist. Es wird wohl angeblich geschrieben, dass zwischen Oktober und August 2024, umgedreht August und Oktober 2024, vielleicht Apex Legends Mobile endlich zurückkommt. Und das Gerücht gibt es schon länger. Das muss jetzt nicht zwingend ein April-Scherz sein. Kann aber natürlich für den 1. April nochmal auf X richtig als Scherz hochgepusht wurden. Oder hochgepusht werden. Keine Ahnung. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich habe aber auch Gameplay für euch. Und da schreiben auch einige, dass das schon ein bisschen älter ist. Ich sehe es jetzt das erste Mal. Es ist auf jeden Fall schon auf der neuen Firing-Range, die es ja in der mobilen Version so nicht gab. Von daher könnte das echt sein. Ist vielleicht auch nicht echt. Ich kann es nicht wirklich bestätigen. Also von der Optik her sieht es natürlich nach der mobilen Version aus. Wie alt das Gameplay ist, kann ich dennoch überhaupt nicht sagen. Aber ich glaube fest immer noch daran, dass die mobile Version zurückkommt. Denn in den letzten Monaten und auch schon länger her haben viele größere Publisher ihre Games auf der mobilen Version auf den Markt gebracht. Namenhafte Spiele, die ich jetzt hier nicht unbedingt nennen muss. Und ich denke, dass EA festgestellt hat, dass das vielleicht doch schon ein riesengroßer Fehler war, den mobilen Markt für Apex Legends aufzugeben. Und deswegen glaube ich fest daran, dass dieses Spiel über kurz oder lang mal jetzt dahingestellt, ob das August oder dieses Jahr allgemein wird, sei mal dahingestellt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel zurückkommt. Und wie gesagt, diese Gerüchte gibt es schon, keine Ahnung, halbes Draftat oder Jahr und vielleicht sogar länger her, dass es doch wieder zurückkommt. Und da gab es dann auch schon ein Leak, weil es gibt eine chinesische, war es eine chinesische oder eine japanische Fake-Version, die sehr gut aussieht. Und viele dieser Legenden sehen der Original Apex Legends Legenden sehr, sehr ähnlich, auch mit den Fähigkeiten. Und diese Version wird sehr gut angenommen und kommt bei vielen wirklich extrem gut an. Und ich könnte mir vorstellen, dass EA dann sagt, du, 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 das ist unser Ding, müssen wir mal abworten. Ja, entscheidet selbst, schreibt es mal in die Kommentare. Fake, ja oder nein, ist es ein April-Scherz, ja oder nein. Weil, wie gesagt, auf verschiedenen sozialen Medien jetzt am 1. April knallt das wieder raus. Das kann natürlich wirklich ein Scherz sein, aber ich glaube doch, dass das Spiel zurückkommen wird. Und damit jetzt aber herzlichen Glückwunsch zu Crazy One. Coins für den PC. Inhaltlich ging es im letzten Video um die neue Legende Alter. Finde krass, dass das Portal durch die Wand nicht mal die ultimative Fähigkeit ist. Das fand ich auch, als ich das so gelesen habe. Wäre das eigentlich eher eine Ulti als eine taktische Fähigkeit, muss ich sagen. Wer weiß, wie hoch die Cooldown ist. Vielleicht ist es aber auch ein One-Way-Use, so wie es mit Ashes ultimativer Fähigkeit ist. Das könnte natürlich sein, du pusht jetzt in ein Haus und dann siehst du, oh, es war jetzt nicht so die geilste Idee, dann kommst du nicht zurück. Das kann natürlich durchaus möglich sein. Crazy One, melde dich unbedingt auf Instagram bei mir. Und mal wieder ein Mädel. Sarah Sky 254 Dre. Hallo alle zusammen, ich bin echt gespannt auf die neue Legende. Ihre Fähigkeiten ermöglichen auf jeden Fall interessante Spielmöglichkeiten. Sie ebenfalls Coins für den PC und damit sind tatsächlich alle drei Gewinner der 6700 Apex Coins. PC-Spieler hatte ich so auch noch nie. Meine ersten Verlosungen waren immer Playstation, weil Playstation die meisten sind. Aber diesmal waren es drei PC-Spieler, richtig krass. Also Glückwunsch an euch. Schreibt mir unbedingt auf Instagram, dass ich dann so schnell wie möglich für euch noch diese Woche die Coins bei EA anfordern kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Ostermontag, einen Rest 1. April. Macht was draus. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Auf jeden Fall gibt es morgen und übermorgen nochmal zwei X-Defined Videos. Eins davon sollte eigentlich heute schon rauskommen. Aber ich dachte mir, hey, dieses Apex Legends Video ist dann doch etwas wichtiger. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.